Oh, ist mir langweilig. Mir auch. Hallo, was hat uns die Mama mitgebracht? Es heißt Klebe! Mehl! Oh, mein Liebling-Träger. Schöne Farben. Oh, äh, ist überhaupt kein Mehl drin? Ach, mehlfrei, eiweißfrei, erdnussfrei, milchfrei und ganz leicht abwaschbar. Jule, was ergibt wohl blau mit grün? Ich bin ein bisschen aus. Nur ein bisschen mehr. Also, ich werde eine Figur kneten. Die werde ich dann anschließend trocknen und noch bemalen. Also, ich knete meine Figur zu Ende und dann tue ich sie anschließend in die Dosen hinein, damit ich sie wiederverwenden kann. Habt ihr schon mal eine Gnete gerochen? Die riecht voll toll. Zeig mal her. Oh, wow, wow. Das kannst sogar du essen. So ungefährlich ist das. Habt ihr schon bemerkt, dass die Knete so weich ist? Ja, die ist brutal weich. Hast du echt recht? Ich hab mal Idee. Das ist aus Rot und Blau gemischt. Das ist voll der schöne Lila. Und das ist aus Grün und Gelb gemacht. Ein schönes Henkel. Und das ist aus Gelb und Rot gemacht. Und das wird orange. Und das ist aus Grün und aus Blau gemacht. Tschürkis. Und das ist auch aus Grün und Blau gemacht. Und das ist aus Grün und Blau.